Oder nicht? Was du da unten? Da steht... Eis. LOL! LOL! Aua, ich bin zu gut. Wegen dir. Hä? Sieht so aus. Weil du da standest. LOL! Hä? Äh, au! Ja, das darf immer nur einer machen. Warte, jetzt noch mal TP. Lass mich jetzt als erstes. Ja, warte. Jetzt geh weg. Hä? 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 Hä, wo bist du denn? Ganz oben. Aber da geht es auch irgendwie nicht weiter. Hä? Hä? Äh? Hä? Jetzt ging er bis nach ganz nach oben Toll Du kannst dich ja nicht reportieren Das ist glaube ich besser LOL Warte, jetzt gucken wir mal kurz Gelange ins Gefängnis, fahre mit dem Aufzug nach oben, folge den Glowstone auf dem Wasser und gelange zum Flugzeug Hier ist noch ein Ofen, äh, Boot Willst du das Boot nehmen? Ne, ich springe eben, oder? Ich glaube ich bin schneller Mal schauen Ich kann nicht fail, aber Naja Aua Ja Nein, ich habe mir keinen Ersatzbuch mitgenommen Gell, dass wir erst Hä? Gell, dass morgen erst Freitag ist Ja Ja Ja, wir haben heute den, wieviel? Heute ist es Freitag? Wir haben mittlerweile 2 Uhr, 30 30 so ist heute Das Gehle ist, alle Schulen von uns, die haben Morgenschule. Ach du Creeper, Creeper, weg, 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 weg. Lass den Creeper nicht explodieren. Lass den noch explodieren? Ne, hier ist ne Kiste. Achso. Geh, dann nehm die. Verstoppen. Der lockt den weg. Verstoppen. Der kommt zu dir, Bob. Läuft. Nicht explodieren lassen, ne, 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 nicht explodieren. Hä? Ja, aber hier ist es protected. Was war drin? Eine, äh, Map mit dem Inhalt. Hier war das Flugzeug von Mr. Fuji abgestürzt. Es gab keine Überlebenszeichen von ihm. Das Flugzeug war auch kein gewöhnliches, denn es enthielt am hinteren Teil des Flugzeug... Was? Am hinteren Teil des... Flugzeugbomben, welche schon mit der kleinsten Berührung explodieren würde. Also ist der liebe Mr. Fuji tot. Im Vorderteil des Flugzeugs ist die Kiste mit einem Schalter. Okay. Ja, ich bin jetzt im... Flugrenner. Wo ist denn das Flugzeug? Du stehst davor. Der Steinklott soll das Flugzeug steigen. Achso, das sieht aus wie ein Boot. Ein U-Boot oder so. Was soll hier sein, die Kiste? Und wie geht's rein? Also ich habe eine Kiste mit dem Hebel gefunden. Wo soll die jetzt denn, der Hebel? Wo geht's rein? Wo es rein geht? Eigentlich ganz simpel, weil du gehst hinten ans Heck. Also an die andere Seite. Dann gehst du von dem Flügel runter und schwimmst du unten drunter durch. Und das war ein Creeper. Glaub ich, oder? Warte. Du musst... Im Vorderteil des Flugzeugs ist eine Kiste mit einem Schalter. In der zerstörten Mitte ist ebenfalls eine Kiste mit einem Schalter. Öffne mit einem Schalter die Tür im hinteren Bereich des Flugzeuges. Mit dem anderen Schalter setze die TNT-Abwurfkanone in Gang. Ah, hier unten ist die Kiste gefunden. Hebel habe ich auch. Aber das geht noch weiter. In dem Raum, der durch den... Durch die Explosion freigesetzt wurde. Also einmal für hier einen Hebel. Hier sind zwei Hebel drin. Ja, ich habe zwei. Nice. Und da soll hier die TNT-Abschlusskarten... Ja. Soll ich lieber in Deckung gehen? Ja. Mach du an. Ich habe Angst. Hä? Ich wollte fahren. Hö? Eine kontrollierte Sprengung auf jeden Fall. Ja, mit Wasser immer. Ja. Blablabla. In einem der vier Wasserbecken auf Tempel Pyramide ist eine Kiste mit Hebel. Ein Hebel. Ich habe den Weg gefunden. In dem vier kleinen Wasserbecken. Wo sind die vier kleines Wasserbecken? Weiß ich nicht, aber hier waren... Hä? Hö? In einem der vier Wasserbecken. Achso. Also hier irgendwo. Also ich habe hier... Ja. Das war ein Creeperwind. Das ist aber gar nicht mal so schlimm. Ja. Denn... Wir sind auch fast beim Ende. Auf dem Tempel der Pyramide. Auf dem Tempel der Pyramide. Also hier ist eine leere Kiste. Habe ich hier nur gefunden. Ja. Wir sind auch falsch. Wir sind auch falsch. Wir müssen nach hinten zum Tempel gehen. Hö? Wohin? Ein Hebel. Oben. In einem der vier Wasserbecken. Oben. Eins. Zwei. Sind das hier? Ja. Okay. Okay. Klappen. Ja, nur falsche Seite und so. Du hast ein Schwert. Ach du bist Gott, gell? Ja. Ich bin schon immer Gott. Ich bin der Weltboss. Aber, 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 ähm, ich bin irgendwie auf der anderen Seite, gell? Irgendwo muss hier doch ein Goldblock sein. Ja, von der anderen Seite, da wo wir eben waren, nur die Tür ist von der anderen Seite aufmachbar nur. Auf jeden Fall. Also müssen wir hier oben irgendwie erstmal reinkommen. Ja. Hä? Hecht ist ja wohl hindert. Hecht ist keine Info im Ding. Da steht nur, dass in einem der vier Wasserbecken auf dem Tempel, äh, eine Kiste mit einem Hebel ist. Ja. Dann steht da gelange zum Ende. Hä? Was kommt da als nächstes mit dem Punkt? Ah, keiner mehr. Ach so. Das Ende. Feierabend. Finito. Ja, wir müssen da rein. Ja. Oh ja, wehe. Oh ja, man. Oder ist es das letzte? Aber wo mal. Hä? 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 Also der Block ist auf jeden Fall auf einer anderen Seite als wir sind. Hä? Hä? Okay. Ich nehme mich jetzt nicht, weil... Lass einfach andersrum dann reingehen. Hm? Einmal raus. Ja, das ist noch mal... Ja, das ist noch mal...